So, heute ist der ShinoRange Wurmkurs angesagt. Fakt mal extra den Brüder an. Wer will der Erste sein? Erstmal hier einstellen. Ne, für die ist nix, du hast schon, weg! Wo ist die Mäuse? Hünschen auf. Hünschen auf. Hopp. So, du hast, du kommst da rein. Ja, da brauchst du dran zu lecken, Schatz. Fakt mal, mach das schon für die Beste, für deine Lungsche. So. Komm. Hopp. Lecker. Lecker. Mua, du kriegst ein Küsschen. So, der war zweiter. Oh, ist die Rette. Hopp. Ja, komm, kleiner Maus. Auf. Auf. Hopp. Mua. Wie so ein Süßer bist du. Komm rein, na. Heute sind wir aber schnell fertig mit euch. Gut. So. Wird sich nicht versteckt, her damit. Hier. Oh, lecker. 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 Mua. Auch da rein. Und du bist der Letzte. Öff. Oh, lecker. Was ist das? Ich hoffe, ihr habt euch kommen, ey. Auf. Auf. Auf, auf. Oh, raus hier, wieder nach draußen, da hab ich euch schon mal reingetan, damit ich euch nicht auseinander mache, hm? Ah, ja, so. Jetzt kann ich die Brille wieder ausziehen, dann sehe ich es besser. Ah, ja, ah. Wann ist er denn, hm? Ach, jetzt nicht, dass es bei Mama beschwert hat, dass ich euch die Bohnenkugel gegeben hab? Das müsst ihr aber haben, damit ihr gesund werdet und bleibt und alles und kräftig werdet und dick und fett und monsterhaft. Ihr seid schon liebe Schnuckis, so, jetzt lasse ich euch in Ruhe. So. 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 So.